so hallo und mal wieder nach der pause geht es weiter bei watchdots und gab alle verschiedene grunde warum jetzt halt die pause ist weil an sich ist sozusagen das sache das könnte ich gerade nicht aufnehmen halt hatte ich schon erwähnt alles erledigt die sache ich meine ich meine und private diese aufnahmen werde ich auch besuchen das projekt watchdots vollständig abzuschließen ich habe es nicht sie 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 Ich hatte hier aber sonst auch nur noch vor, und jetzt müssen alle Nebenaufgaben hier noch zu erfüllen. Aber sonst trinken wir jetzt schon nachschleunig in dieser Aufnahmeflüssen. Das Projekt kommt eigentlich immer wie... eigentlich müsste das... ja, müsste eigentlich um 3.2 kommen. Das Projekt muss ich mich gerade nicht täuschen. Aber dem Verbrechen war ich da nicht. Ich muss erstmal wieder zum Einkommen, weil ich habe Silber, die letzte. Der Typ muss in der Nähe sein. So, die letzte Aufnahme war auch das letzte Mal, wo ich gespielt habe. Also... Mal gespannt, was wir jetzt hier haben. Wir klammern jetzt mal einen Loop, glaube ich, jetzt ab in der Aufnahme. Ich glaube, come on, das ist sozusagen... Ich würde jetzt... das sind dann sicherlich nicht ohne Sammler-Aktion. Weil sonst sein, dass ich den nächsten... den nächsten vollen November ein bisschen sammeln würde. So. So war das Rennen hier. Nicht, dass du dir die Waffe ziehst. Ach da. Oh, nix lang. Waffe ich in der Kamera? Oh, du warst noch nicht mehr hier drinnen, aber das ist vielleicht fast sowas. Hier habe ich nicht hoch. Okay, gehen wir auf die andere Seite, vielleicht haben wir deine Kamera. Na? Ja, Verbrecher. Er kamt. Mal nicht tief nah. Beckenfrau ist nicht dafür. Außen weg. Wo ist der Verbrecher? Auf dem Platz. Also, sag mal. Wie geht's dir? Sie wurde geniht. Der Schnitt war ziemlich dicht. Ich muss die Augen offen halten. Er kann noch nicht weit sein. Ach da. Ja. Hey, guck mich an. Arschloch. Nein, nein, nein. Warte, ich kann das erklären. Ja. Gutes Timing. Puh. Alles klar. Alles klar. Sieht aus. Denk mir. Was? Warum sagst du mir nicht so? Ich habe schon wieder mal ein bisschen die Steuern verhauen. Aber ich habe ihn noch gedreht. Äh. Ein bisschen verhauen. Entschuldigung, kurz. Aber hat geklappt. Auch Stillpoint. Was haben wir denn? Ähm. Okay. Herstellung habe ich schon voll. Kampf. Haten. Ja. Ich hoffe, ich muss statieren. Mal ein bisschen den Kampf. Focus. Ja. Warte mal. Verhauen. Verhauen wir mal das den Fotos. Was geht das denn wieder runter? Da ist der Kasten. Mal hoffen, dass er das, was da hin ausfällt. Naja. Hier wird wieder erwacht. Ja. Ist doch typisch. CTOS. Wer macht alle? Hat schon ausgereicht das Tor. Hey! Der Typ, der hat meine Brieftasche! Ne. Okay. Ne. 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 Besucht wegen der Drohnenherstellung. Das war ein Fehler. Du Typ. Schau. Aber was selber ist an sich, wenn wir hier mit Wortsturzfälle sind, bin ich auch mal angucken, was dann das nächste Mal sein wird. Was macht ihr da? Ich muss die umgestellt haben. Was ich dann als nächstes mache. Was ich dann als nächstes mache. Was ich dann als nächstes mache. Ja. 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 Da ist Geld. Ja. Ich muss 1000 Dollar gelnettet sein. Ja. Ja. ich bin auch topf. Ja, weil ich dann doch nicht das vielleicht sonst entpacke. Vielleicht sollte ich jetzt so die ganzen Sammelsachen, die wir jetzt noch machen können, in der Aufnahme jetzt sozusagen, diese eine Folge. Also wenn das sozusagen immer dann so voll wäre es dann, wer sagt, oh, solche Sachen interessieren mich nicht. Oder diese Folge nicht. Alles, aber ich will jetzt damit auch nicht so viele vollen verbringen. Das mache ich sowieso. Das dauert ja ein bisschen sozusagen. Das haben wir ja schon das nächste Sammelbare. Was haben wir jetzt in der Nähe? Da hinten haben wir nochmal sowas. Außenweg! Vielleicht dann mal zum Überlegen, ob man der Most Wanted mal bringt. Aber wir müssen halt mal gucken, weil ich glaube, das kriegt man eher schlecht, dass man da neu starten kann. Das war's. Das waren wir ja. Das war ja, wie du schon. Ja, wir müssen Sie in der Nähe. Was ist das denn? Hm, muss ja dahin Der dritte Zelle ist nicht bepowered Warte mal kurz, du machst mir hier kein Herder. An sich müssen wir das Teil erreichen. Wie wärs damit? Was brennt? Ich weiß nicht, was ist los? Nur, dass er so totanweilig hat. Oh ja, das wär gut. Oh ja. Okay. So. Das nächste wäre... Dada. Ja. Das ist eine Sache, was ich nicht möchte. Denn diese Seen-Wir, die Striden müssen ja auch alle abfahren eigentlich. Ich bin auf dem ich den bock. Die machen, ich glaub ich nicht, die sehen wir sich halten. Ja. 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 Da sieht sich der... Ach, hier drinnen? Da kann man ja innen, den wir nicht wollen, wo man rein kann. Was zum Henker? Und dann halt Arbeitsrecht. Was ist hier los? Was schreit hier so? Alter, ich hab das Handy aus der Hand geschlagen. Das sieht wie so aus. Ich hab nur das Handy aus der Hand geschlagen, lasst mich doch. Ich hab doch mal kurz das Handy aus der Hand geschlagen. Ich hab das Handy aus der Hand geschlagen. Der da... Der... Offen. Und gemerkt. Und... Wat? Wat? Ähm... Und Tim Obert und von Denzich. Beruf, Comedian, Schauspieler, Autor, Moderator... Die Wund... Herzen... Ode... Egal, ich hab es. Es sah schön aus. Das war ein Fünf-Sterne-Restaurant. Es sah echt schön aus. Hey, er stellt's ab und sagt, bedienen Sie sich. Wenn die teures Essen auf teuren Tellern servieren, können die sich das... doch denken. Oh Gott! Oh Gott, die finden dich! Scheiße! Wer? Die spanische Inquisition? Ach, relax. War nur Spaß. Die finden jeden. Wahrscheinlich beobachten die dich schon. Ja. Bestimmt. Die beobachten uns. Beobachten. Warten. Warten auf... Im Ernst? Bin ich so interessant für die? Wie? Ich wurde zurück am Passieren. Ist das interessant? Erweitert das dein Horizont? Vielleicht die Neu... Schade. Ich denke, ich fand, dass man könnte das dazu drucken. Weil, wie sieht's eigentlich aus? Mein Handy. Fortschritt. Äh, wo seid ihr? Äh, wo seid ihr? Alles nicht vermissen. Person... Hä? Was ist Person... Hä? Was ist Person... Was ist? Sehen Sie, dass wir sich teilen hier. 100. Das hier... melden Sie sich bei... Sehen Sie, dass wir sich teilen. Aber sie erhalten Sie an dem... Teil... Teilen lassen wir so wenig was... Oder es hat. Bescher... Was ist denn der... Was ist denn der... Was ist denn der Charakter, was du heute? Was ist denn der Charakter, was du heute? Was ist denn der Charakter? Was ist denn der Charakter? Do you have any change? Whatever it is, whatever it is There is a turner Let's see if he is on the left Da ist der Frischer. Schön den umgleichen Haus. So. Verdriss. Verdrückt die schwere Körper. mein Gehirn schweigt. Herr im Himmel, verschwinde. Oh, das ist so. Nicht so, hast dich. So schnell ist das hier nicht stimmt, bitte. Wir haben so ein Geometriegerät. Wir schauen jetzt ein Leben. Ja, das hat mir schon was gebracht. Leiser. Ich leiser. So, was haben wir denn als nächstes hier denn hier? In den Loop. Wir haben das hier. Ich bin sauer an sich, aber an sich müsste Watchtots eh eigentlich nicht online gespräuchert sind. Weil ich die Küste hier abkühlen werde. Also ich habe hier ja nicht zu reden, dass die Rechner hier noch ein bisschen abkühlen. Jetzt treten wir noch eine neue Fragenkarte. die 1080-100, ich habe die Besatz mich immer fahren. Die soll ja ja die 1080. Und sonst eh, es ist halt auch irgendwann mal Festlandspeicher, ich habe an sich in T3 die befestigt. 3x htd, 3x 4x bald 3x schon aktuell und das ist halt so dass es teilweise schon zum Ende tut der Speicher und deswegen soll der enttriebene Rechner hier neue FIS-Blatt und dann bei welchen Rechner neu aufsetzen und deswegen ist das sicher zu tun, vielleicht manchmal nach vorne schon zum Ende enttrieb zu starten und zum Ende enttrieb weil diese Dutty sind, habe ich ja noch nicht gelaufen das hätte ich das dann vielleicht auch schon noch machen weil das hier ist glaube ich eh ein anderes Sprüche oder sowas bei dem Projekt egal aber wir sind jetzt einfach schon mal zu Ende wir sind schon mal ein Satz Blut wie gesagt, spiele ich diese Folge ein bisschen viel damit mache ich es gut Nein, ich zeig dir wo du hin musst Du musst hier hinspringen und dann da hinspringen und dann fällt der Teddy in die Lava Nein, ich schopfe beiden in die Lava, wenn ich den Teddy nicht haben darf Der ist mein Teddy! Mama hat gesagt, ich darf mit ihm spielen Wenn ihr jetzt nicht ruhig seid dann flippe ich aus hier Es reicht! Es reicht mir jetzt! Ich schwöre bei Gott Ich verkaufe euch an eine Familie ganz weit weg und dann seht ihr mal, wie gut ihr es hier habt! Ihr geht jetzt beide in eure Zimmer sofort! Kein Essen, kein Nachttisch, keine Computerspiele! Ich habe das mit eurem Sch... Mist... Was? Du hast Hunger? Na, da hättest du besser... Okay, das klingt... Das ist ein sehr guter Familienalltag Oh... Da ist der Ruiner! Ich muss mal in der Zeit sagen Ich bin falsch angezogen Ich bin falsch angezogen Ich bin falsch angezogen Ach, der sieht schon wieder mit, der Typ Wartig sind die hier mit Ich muss mich aus Punchland Sonst hat der Fuß wieder weg... Hier hat die Anlagen der Stadt sorgen mit ihren Fehlfunktionen weiterhelfen Upsalabend schon angesetzt! Upsduuuuupb Du gehst dich mit Leuten ab, mit denen du dich nicht abgeben sollst! Das wirst du gar nicht machen! Oh Mann, das ist eigentlich gut! Oh, das war knapp! Der nächste! Das läuft doch! Noch mal was Sammelbares Wenn wir jetzt Sehenwidrigkeiten, das ist halt möglich Die Printnipps nicht wissen, zumindest nicht! Ich hab dann meine Kommentare, ich schreibe aber jetzt vielleicht nicht mehr lesen werde Sondern es vielleicht noch läuft Sondern es wird noch nicht nachgeben Falte Seite Ich sehe es mehr da! Ich bin dann die andere Seite reingedankt Und das war doch wieder lustig, wozu lang die Falte Ich hab dann nur 40 Minuten wiedersehen, die jetzt schon nachher Keine Stunde Okay, wir machen ja Winterfall 30 Minuten Aber in der Moment, ich bin noch mal überlegen Aber ich allein muss mal kommen Ich weiß selber nicht, weil ich alleine selber Aber es ist langsam So in der Moment und ich auch nicht Und ich bin wahrscheinlich selber teilweise Das ist einfach Wie wenn ich auch selber teilweise Weiter zu machen Ich bin nicht einfach selber teilweise Wichtig bei der Hand Ich binh nicht da hinten Hier hinten Also ich bin den Privatfakt Ja Okay Es ist nur was Vorstellungen Okay, das sieht mal wieder interessant aus. Okay, das ist der, glaube ich da ran. Okay, das ist jetzt... Puppi, das ist die Spur. Okay, jetzt hat er das. Puppi, das ist die Spur. Sie sind der, der da falsch liegt, Sir. Was ich von Ihnen brauche, nein, was ich von Ihnen fordere, ist eine volle Rückerstattung der gesamten 400 Dollar. Ich bin ein sehr ernsthafter Sammler, Sir. Wenn Sie mein Regal sehen würden, Sie wüssten, dass ich Recht habe. Okay, das ist mir alles sehr wichtig. Also entweder helfen Sie mir oder ich gehe zu Ihrem Vorgesetzten und beschwere mich und Sir, dann werden Sie gekündigt. Okay, weil ich sage, ich ernähsige, wenn es sein muss. Also nochmal. Hm, okay, das ist ein letztes Sammler. Sieht aus, als wäre hier etwas. Ja, das ist wirklich ein großer Abstand. Auto. Das ist der Tower, würde ich stehen. Okay, dann mal ran. Warte. Ja, Auto. Wo ist mein Auto? Da. Ach, dort. Wo ist der Netz? Nein. Laterne. Da sind die Bussegerzone. Egal. Ich fahr geladen! Aus der Weg! Ich dachte dann fahrlose Fahrer geladen. Das macht ja so einen Blöden. Tief in Arsch! Das ist schon das falsche. Auswaschen. Okay. Ich fahr da schon raus. Rauschen! Neste Maschenteile. Schau dir nur noch inklusive Auftrag. Nein, den brauch ich nicht. Okay, dahinten da haben wir noch was zusammenbauen. Da haben wir schon alles. Da ist noch ein bisschen. Hier ist auch noch. Also der Sammelbare. Ich glaube das habe ich jetzt noch alles in die eine Folge. Noch eine Hallo! Dann habe ich das Sammelbare weg. Und dann machen wir weiter mit der Hauptstory. Dann haben wir die Spiele. Die Spiele. Die 1.80% zählen. Die. Die. Ja, natürlich. Auswandweg. Hoppala! Auswandweg hab ich zu sand. Hallo? Hier bin ich ab. Verrückt! So, dann ist das wieder... ...wenn es sich aufdraht, dann muss ich glaube... ...draht nicht! 1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2,1 Ah, woher hin, schon wieder? Geht schon wieder hin Ah Oh Güte Wie weit ist diese Spur? Alter, ist das in einer Spur Auch drunter, hinten, hier ist rum Ich hab'n Konatenwerfer Also aus dem Weg Oh Ach Ich hab's neder Ein bisschen neder auch Doch, wir haben ein bisschen was Hallo Das ist toll, das ist toll Wie seht's dir? Oh Ja, ganz ruhig Komm, hast du Hunger? Ja? Und andocken Ist mal was, alles okay Und Wie geht's dir? Na, hast du Hunger? Ist das lecker? Ja? Ja, das scheint lecker zu sein Ganz schön lecker Ja, 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 ja Oh je Oh, ein Bäuerchen Oh, und Ich glaube, eigentlich Der uns beiden braucht Der ganz dringend neue Windel Ja, ja Um, und Oh, und Oh, und Oh, und Oh, und 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 Oh, und Schein im Laufe Lecker Wir müssen den Push machen Ich muss das abheben Ich hör'r knall'n raus, hast das oder hast es Danke so 4.129 so dann einmal dahin und nun weitere Meldungen eine Fehlfunktion in einem Ampelsystem soll Ursache für einen Massenzusammenstoß sein der sich heute in der Stadt ereignet ist mehr dazu nach der Pause hallo die Straße halten hallo die Straße halten ah die Spur wer Moin wa die w w w w w w w 10 das war das und dann wieder haupt story, nur noch haupt story dann, ah mir ist es wohl alt. ja ich zieh das spiel schon mit dem sammlerobjekt. ach wir müssen erst oi, ja gibt es noch, gibt es bald. ich bin ja mit euch, weil an sich ohne ein bisschen sammlerobjekt dann ist es nicht so wirklich. ich meine ohne die sammlerobjekt, das spiel relativ schnell durch, muss ich sagen. also, das hier, ach ich sag mal bitte, sag mal bitte. so hab geparkt. ich bin durch die straße. hast du die stromausfälle in letzter zeit bemerkt? irgendwas ist anders. caeser ups, hallo, das war schon der Hit. wps, hallo, das war schon der Hit. ich hätte gedacht, da wär das Null schon. Scheiße Das war Oh Upsala Gut selbst Ich weiß auch Das ist da, aber nein Das ist im Ecke, oder? Hier ist das Das ist schon entgefallen Hier ist die Intelligenpapierrolle ausstocken Ich imprimiere später für Ich lege hier fast mit dem Toilettenpapier Ununternehmen Auf Zuerst Auf Zuerst Okay Aus Spandal Nur hier durch Nur hier durch Stillpoints Erhöht die Schussfinanzfragen Stolen Erhöht die 3. Identität für Spendigdorf Und dann machen wir das Ich muss hier sofort weg Ich muss hier sofort weg Noch jemand mal schossen? Ich glaube das Handy hat ja noch hinterher Notrufzentrale welches Problem liegt vor? Bitte schnell hier schießt einer um! Hallo sie müssen in der Leitung bleiben Ja Ich glaube das Handy hat ja noch hinterher Hallo sie müssen in der Leitung bleiben Ich habe jetzt kein Wort Dass hier noch die Prozesse an die CTS Denn es da ich fährt Ich glaube der lockt uns zum nächsten CTS Einbruch Ich hab ihn ja näher Dann ein Fehler machst du gleich Ja das ist einer Noch nicht so wirklich fehlerhaft Bleibst du stehen? Das war's Das war's Dir Irgendwie ist Zeit und Tag down Oh nein Das sieht der aus dem Fruch Ich wollte nochmal kurz das Auto holen Okay die Karte ist bereit und wartet schon auf dich Aus dem Weg Ganz einig Die Leute sollen wir doch nicht rein hier lassen Ja Ich glaube ich bin überall drauf Ich bin gespannt was das wird mit der Mesen Hey Also ich muss dazu sagen Amesenland descent bin ich nicht blind Das nennt ich ja bei diesem Ziele eigentlich schon das schwein blind Weil ich hab's einfach richtig gespielt Ich dachte wirklich das CTS alles besser Äh wo? Oh Ich war noch eine Seite des Travolus Ja Ja Kf 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 Die Kf 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 Da hinten ist noch ein bisschen tief, außer der ist schlecht tot, aber Hauptperson hinten ist ja. Das Opfer. Der Typ. Hier ist der Verbrecher. Ach der ist dahinter, bitte. Du hast mit Leuten geredet, mit denen du nicht reden solltest. Hey, langsam. Ich weiß nicht, was du da redest, Mann. Allerhöchste Zeit für eine Abreibung. Scheiße. Auf keinen Fall. Das ist nicht wahr. Ah, scheiße. Der hat ihn einmal so'n Kopf. Toll du sie, ja. Verleihung nach, bitte. Nicht verteilt. Was ist denn los? Oh, der hat die Person gerettet. Scheiße. Ohja. Das ist blöd. Der hat die Person ist wieder anwesend. Hier ist etwas versteckt. Ja. Das ist ein Auto. Ich muss mich da ein. Ich muss mich da ein. Okay. Ich muss mich da anfangen. Bin in die Person. Leicht. Run in. Ich mache mich mit den Fläsch. Sind wir noch eine? Was da? Jetzt noch fünfzig Minuten? Ja ne? Mach den hier noch. Dann mache ich gleich noch was. Weil ich den Rest hier in der nächsten Folge. Weiß jemand, was hier los ist? Weil wir als Standortzeiten noch flücht, noch einmal stattdessen Pause. Oh ja, geliebt es hier ja. Der Helplot zu. Vielleicht noch mal die Fotos. Vielleicht möchte ich auch noch mal die. Hey, das ist der Dings, der Rächer! Wir schreiten die Personen. Ich fahr hier nur weg. Blink passiert. Alle noch in Ordnung. Keine Hand ab. Äh, wo ist hier das Teil? Oh, ich weiß noch, wer den Führer schon hat. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon. Oh, wenn er sich hinter dir hängt. Oh, ich hab dann. Also, die Straße hier. Ich hab dann nicht. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Schon gut. So, das letzte Teil. Das ist der erste Formers. Anhalten. Ich hab da schon mal gemacht, dass Teile ja auf Land zu setzen dann. Äh, fahr noch mal ein Tour. Schwimmel ich hier. Also, was aber ist das Handy da hinten? Noch einen Eintritt. Noch einen. Ordinal, ich fand was. Waschen. Noch eine Sammelbare Sache? Viel. So. So. Oh. Ich will euch das tun. Oder? Bäm. Wolltest du uns die mal mit in den Fahrern und holen? Die Seite. Ah, ok. Volleiter das tunnen. So. Zurück. Fahrräden ohne da anzustoßen. So. Jetzt wird auch das nächste. Äh. So. Gepart. So. Dann noch zu den Einbruch. Und ich mach da noch raus die Stunde. Ich bin da im Berlin und will jetzt noch die Sammel machen. Einfach weil, dass die weg sind schon mal. Haben wir ja auch eine Story. Höh, Mosine. Aus dem Weg. Die Lappinos sind hier bitte. Ja, hier ist auch ein Lappinos nötig. Ich bin nicht enttäuschtbar. Alta, richtig. Die Hafenbehörden haben einen Container konfliziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großwarnung. Näheres ist nicht bekannt. Ja, da ist dann noch 2,90 Kilometer hin. Und dann, wenn das aber, dann machen wir jetzt eine Story. Und dann machen wir hier noch einmal. Zwei voll normale. Halbe normalen. Ja, aber auch selber. Und dann machen wir wieder zurück zu Lenden. Zwei voll diese Saison. Und dann machen wir noch eine Story. Und dann ist es auch falsch. Ende mit Watch Dogs. Ich freu mich schon wieder aufs Ende. Das war furchtbar. Da bin ich nochmals auch. Die letzten mal sollte ich gleich in den Verfahren leben. Ich muss nur was rauspacken. Das ist das. Okay. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Oh, du warst böse. Das machen dann drei, viermal heute. Zweimal Mittwoch, fünfmal Donnerstag. So böse. Oh, da bist du ja mein alter Freund. Dein Orangensaft, oder? Sehr interessant. Ja, du. Diese Woche Orange. Diese Woche Acid. Ja, sehr interessant. Okay. Also, Mittwoch. Ja, die tut mir so seltsam vor. Ja, 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 ja. Der ist creepy. Okay. So. Die Ladung kam auf. Okay, jetzt sind wir hier. Durch, oder? Oder haben wir alles? Haben wir alles? Okay. Jetzt gehen wir hier hin. Ich mach das hier komplett. Und dann, wenn ich dann fertig bin, dann machen wir die Story weiter. Wo sind wir eigentlich? Weil der Story, äh, Act. Ich könnte dann jetzt sagen, wir machen den Act fertig und den Act. Weil, dass wir dann noch die eine Story folgen. Oh. Ich will jetzt auch nicht nur durchfüllen. Ich will jetzt auch nicht nur durchfüllen. Ich will jetzt auch nicht nur durchfüllen. Ich hab mir auch das hier ein. Da glaub ich ja schon was. Und, äh, das hier. Ich glaub, da machen wir dann mal. Das ist ein Teil einer Großfahndung. Mieres ist nicht bekannt. Wie machen wir jetzt dann das? Und dann machen wir vielleicht mal davon. Weil wir heute schon so. Wollt wissen halt. Aufschau. So. Da machen wir jetzt mal hier so. Und da ist ein. 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 Wir beginnen hier mit. Oder? Mit den. Oh, du meinst, ich bin gerade aus dem Weg, aus dem Weg, ich zahle deine Position, also ich bin weg, zahle ich was nicht, mach weg, aus dem Weg Oh, du hältst, da ist auch das Gold Das ist immer wie die Stadt Stopp Schild Da, wir haben doch Stopp Schild Da, wir haben doch Stopp Schild Du Straschensperrung Weil die Straschensperrt So, fein, dass die Lichter dann schon abschließend in die Straße Sind wir im Verkehr hier? Oh, die haben ein Problem Nein, na Ach, das hier wird es nicht Okay, dann war ich auch ein bisschen weiter So Oh Oh nein, was ist das? Haben wir das eigentlich schon vollständig? Die Verbrecher haben wir aber schon nichts Wie ist das natürlich nach vernachlässigt? Ich denke, schon weiß, hab ich noch bisher null Ich glaube, ich hätte noch mal Schleisch haben wir das So ist den Versteck da Da, den Versteck So kann es nicht weitergehen Du musst essen Hör zu, ich verstehe Ich weiß, dass es schlimm für dich war, ihn zu verlassen, aber Das wird besser Ich weiß, es fühlt sich falsch an Ich weiß, das ist nicht dein Zuhause, aber es könnte zu werden Es sollte dazu werden Nein, nicht Sag bitte nichts Lass mich weiterreden Bitte Ich habe Monate gebraucht, um den Mut dafür zu finden Ich hatte Angst, du hältst mich für krank Aber das bin ich nicht Ich bin da für dich Der Typ kommt jetzt auch in ein bisschen seltsam drauf Ich bin dir das voll egal Ich weiß, dass ich hier anstoße rum Chicagos Polizei sucht weiterhin den Rächer Aiden Pierce Die Bürger Chicagos jedoch jubeln Pierce zu Mit so viel öffentlicher Unterstützung haben die Polizeibeamten Schwer an Tippe zu kriegen Ja Ich habe halt die Öffentlichkeit auf meiner Seite Die Mafia hält sich normalerweise an gewisse Regeln Aber Lucky lässt die Zügel etwas zu sehr schleifen Dem hier Lass ich das nicht durchgehen Okay, erreichen wir das Ziel Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch ein bisschen schnell durchgehen will Wenn das dann umgekehrt Oh Ich bin da sozusagen durchgekehrt Na, vielleicht mal jetzt, wenn wir ein bisschen jetzt auch Das Remedchen noch, den noch zu den Versteck Hier oder da, der andere Tomboi Was tut das hier oben? Was tut das hier oben? Mit der Aufnahme, du dich mal zusammens Trottet jemand lassen? Trottet du, trottet jemand lassen Trottet jemand hier gerade? Nein, ich bin nicht in den Familienchatscheiben Ich trottet jetzt gerade nicht über den Rechner Ich darf jetzt nicht über den Rechner Trauer der Ost So, klicken hier Handy, hier mein Kanal Bei der wieviel Was jetzt tagen kamen Ah, nein Was jetzt tagen kamen Als letzte Folge mal einfach draus Oh Fört uns mal länger Ja Playlisten Sind wir schon bei der wieviel Folder und Watch dazu Hey, jetzt finde ich die Watch Das ist eine Playlist Toll nicht Bei der 48. Unheil auch andere LPs Das werden ja nicht auch Etwa auch Sondern Deswegen bin ich total gerade nicht Das ist ja ewig lang Wenn das Projekt Deswegen Jetzt fahren wir einfach mal hier durch Scherz Das war das Teil der Kameras Dann fühlst du auf Ich hätte noch weiter rumfahren sollen Ich denke Ich denke Das steht in ein Parkhaus Hm? Ich denke Ich denke Ich denke Das ist ein Ich denke sind zum parkhaus über den drehwurm oder so ein paar kümmer hat die das hier wird richtig spät Okay, dann füllen sie dir es. Da steht da ein Render. Da ist keiner, oder? Was geht hier vor? Was ist das jetzt in die andere Richtung wieder? Ist das jetzt in die andere Richtung wieder? Oh 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 Pass auf deinem Grab du Wichser Pass gut auf Mein Gott Mach dass es aufhört Ich stehe unter Du stellst dich an wie ein Mädchen Hütte ihn vor Zeig deine Fresse und ich mach schnell Gah Schmeiß ne Granate! Ihr geht alles vor die Hunde! Das war's alter Das war's alter Das war's alter Verflucht nochmal Wollen mal sehen ob du mit mir fertig wirst Wir sind immer auf! Schreck den Scheiße! Der schießt auf mich! Es ist vorbei Es ist vorbei Mann! Hey wirf die Granate aus! Wir packen das nicht! Wir packen das nicht! Wir packen das nicht! Näm! Schmerzen 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 Ja! Das ging mir leicht irgendwie. Okay, das war einmalig versteckt. Ich hab auch irgendwie gar nicht so viel auf der Deck gerade, oder? Da ist eins. Ton Woi, Ton Woi, Fizzabt, oder? Ich muss Hilfe einmalig schon. Die Witte seibert. Ah ne, das müssen wir. Wie muss ich immer so machen? Also nehme ich hier nicht Schluss. Aber dann. Wissen wir eine Stunde an, ich hatte seit mehr als ne Stopp. Wird ich eh nicht machen, aber... Na dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ein, ein, ein. Aufnahme, stopp. Ja. O, wie ist gut? Wichter, du? Genau. Wichter, du? Wichter, du?